Nacht Tag Nacht Tag Nacht Oh, da ist ja noch einer von meiner Sorte Ist das Alan? Alan! Hey! Alan! 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 Oh, das ist nicht Alan! Steve! Nein, Steve! 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 Bitte öffnen Sie jetzt den Mund, mein Herr. Okay. Gehen Sie, äh, gehen Sie in nächster Zeit in Urlaub? Äh, ich glaube... Ja, ja, versuchen Sie bitte nicht zu sprechen, wenn ich meine Hände in Ihrem Mund habe, mein Herr. Ah, aha. Naja, meine Frau und ich überlegen, ins Ausland zu gehen. Oh. Haben Sie Kinder? Ja, ja, ich hab... Sprechen Sie bitte nicht, wenn ich meine Hände in Ihrem Mund habe, mein Herr. Oh, also. Sie haben hauptsächlich Bananen gegessen, richtig? Ja, ja, Alan, ja. Ja, ich werd's Ihnen nicht nochmal sagen. Sprechen Sie bitte nicht, wenn ich gerade in Ihrem Mund arbeite. Zum Abschluss müsste ich noch kurz Ihren Atem riechen. Oh. Oh Gott, das ist widerlich. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Oh Gott. Oh nein, das ist doch nicht Steve. Dann ist es Alan. Alan! 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 Oh Gott, gefällt dir das? Da geh einfach weg! Geh du weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg verdammt! Ich bin dir! Ich möchte geh weg! Hat da jemand meinen Namen gerufen? Hey! 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 Ja, du sag was, nix, Davis, ja, frei, du sag. Ja, du sag. Ja, du sag.